Die Teilungserklärung ist die vertragliche Grundlage für das Zusammenleben in einer Wohneigentumsgemeinschaft. Hier wird klar von einem Notar geregelt, zum Beispiel, welcher Parkplatz zu welcher Wohnung gehört oder welcher Kellerraum zu welcher Wohnung gehört. Hierbei ist für uns immer wichtig, dass wir die Teilungserklärung inklusive aller Anlagen von Ihnen erhalten und Sie bekommen die Teilungserklärung beim Verkäufer der Eigentumswohnung oder bei einem Neubau dann vom Bauträger.